Das ist das Programm, der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich begrüße Sie in den Nomen von Jesus Christus. Jesus Christus. Die Botschaft ist der Titel der Prophezeiung von Jesus Christus. Gestern fand ich den Titel wie den Spurs auf Golgatha. Für die Römer, für die Jüder besonders und für die ganze Welt wird ein großer Spurs geworden. Die Spurs von Jesus Christus. In der heutigen Zeit wird niemals passiert, dass er heute ein Mensch um den Spurs gehängt, weil sie König sind, weil sie Räder sind, weil sie Heiler sind. Und dann noch im Johannes Kapitel 10, wenn wir da lesen, Vers 7, finde ich, raufgahne. Dann fingen wir, dass die Menschen wollen am Dauern merken, wenn sie Heiler sind, Gott ist. Die wollen nicht Dauern merken, wenn sie Heiler sind, in der Ahrat ist und so weiter, aber wenn sie Heiler sind, Gott ist. So hier hinkt ein Mann und Christus, was ich noch hier von Gott ist. Und dort ist der gratteste Spurs von aller Töte in der Vergangenheit, wo sich ein Mensch um die Christus ist. So als wir jester Sagen, dort Menschen um die Christus passiert alle Tage, und dort wird eine Gewohnheit geworden, manche. Dort passiert bloß. Von 400 Jäuer waren ungefähr zwei Generationen nur Jesus in der Töte, wurden duzende Menschen gekriegt. Und dann kommen die Sätze ab, wo sie dort aufmüllen. Nicht mehr Menschen kriegen. Dann fingen wir auch, Menschen kriegen, hat 500 Jahre vor Jesus in der Töte angefangen. Und der König, wo das ausgefangen hat, Darius, dort wie in Mohn, wo die jester König wie in Persien. Und was passiert ist, das Mohn fängt dort an, und dann können wir die Räumer-Lote dann an, und dann haben wir die Macht, in der Welt, wo dann bewohnt wird. Und die Möke dort nachher wird größer, als der Persien, der König, das gemerkt hat. Als die Räumer, die sich in der Macht haben, und dort in der Satz Möke, Menschen kriegen sie, für die, die in der Räumer-Regierung gingen, dann werden sie dort so anrechten, dass die Menschen würden all das Laatste uitgegeben, in ganz rauf kommen, in ganz am Ende, damit erleben, was sie die schon im Krieg sind, die alle daiden. Und ich sehe die in Gistern, ich will das einmal mitdeilen, die Böhmel da an, um Pols ist das, man hängt ein Feind auf, dann wird die mit einer Pitsch, die ein Warrerhackes hat, von der Schölle rauf, bei der an die Kneifen, ungefähr verschläuert, so viel, dass man sieht die Nerf und sehen, beschädigt wir am Räumer. Dann haben sie dort geschaut, dann war dort der Wehrbiet, wo die Menschen am Krieg sind, war dort hinten am Räumer abgegangen, ab der Wunde, alle, und dann wurde die in die Grüße alle rückgelegt, die Hände, wo immer die steht, an wir, wo sie am Krieg sind, alle. Ich sehe jetzt, die einzige Unterscheidung von Jesus, und das nachher unterscheidet, wo wir fangen in der Schrift, was anders, wie man Jesus aus einem Krieg nahe, und was heute alle dörrchen, hier hängt ein Nehmel, die alle anderen Menschen, sie wird es verschläuert, und dann wurde da verspannt, da die nachher denkt, was der andere nicht da, diese Sache. Aber dann wurde nicht mehr bloß, dass der Wehrbiet auch noch am Krieg, oder hin am Regen abgegangen, dann wurde das andere Biet auch noch, wo die Lein, wo die Neunisch da gehangen wurde. Wird am Morgen haben Regen abgegangen, und dann wurde die Grüße am Regen gelegt. Nur die Schrift nur fing, wie der Hei kommen eng, und Hei können bloß nicht wieder, und Hei falle in der Kriegstauk. Weil wir die Geschichte der Dürer, der wir fing, in 90 Hüter zu Eier einigen hat, denen war ich der ganze Krieg abgelegt, denn das ist bis fort vom Krieg. Jesus lädt den ganzen Krieg ab. Und dann muss er rausgehen. Aber Hei mögt nicht, Hei falle in der Tauk, wenn seine Kraft so weit weich seine Wunder am Krieg, die er hat, von Verschlorenen, und seine Nerven werden beschädigt werden, und sehen, die können er bloß nicht wieder drehen. So die können die Wetter am Morgen die Schrift und die in der Arm einen Tod von dem Krieg drehen. Und vielleicht wieder der ganze Krieg. Und wir sehen, dass Jesus der Einzige am Krieg fängt, ohne Schuld, Jesus der Einzige immer so einen Krieg fängt, was von Gott zu sein, und Jesus wird die Einzige die ganze Kriegs abgenommen, damit wir rütteln. Dann sich am Krieg rütteln, rütteln, dass er steht vor, was der Gull geteilt, die rütteln, und er rütteln, dann war die feier saal, die die saal, die saal, saal, feier saal, die saal, die saal, die Aber der Feig war einer von den anderen abgedehnt, der war nicht siedelig, der Krieg. Und da oben war es, dass er eine Nähe bräuchte, vielleicht noch. Aber er war einer von den anderen abgedehnt, und dann war der Nähe durch den Krieg. Und das war Jesus am Krieg. Dann fingen die duzende Menschen zu sterben. Und ich sagte Jesus so, dass sie in der Vergangenheit die Geschichte hier wurde, wenn man nur studiert hat, hat kein Mensch gesagt, die Krieg. Das ist in der Nähe oder in der Nähe. Keiner ist lebendig durchgekommen. Und ich finde, wir wollen anschauen, das erste Teil war die Prophezeiung von diesen Jäuern, von diesen Jäuern von Christus. Als die Prophezeiung rief, dass Jesus gekriegt wurde, dann hat noch kein Mensch jemals gedacht und gehört von Menschen Krieg. In den Krieg von 500 Jahren vor Jesus zu sein Tät, von ungefähr zwei Jahren in der Zeit, wo es 200 Jahre nur Jesus zu sein Tät. So von ungefähr 700 Jahren war er auf die Welt, wo Menschen hier kriegt sind. In der Krieg, in der Zeit, kann Gott sein Sein sehen ab diesem Jahr. Die Kamera bildet die Hauptstelle, wo Gott allmachtig hat, allwissen ist, in seinem Plan bis der Krieg hinfährt. Für die Menschen wird er ein großer Spott. Für die Räumer, die hat die Erscheinung und an, die Juden wird er ein Spott. Und so ist er gestern, für die Räumer der Staat dort, ich meine, die Jüder der Staat dort werden, dieser Jäuern von Rara zu sein, und der Räumer Laha dort wird er nicht damit, wenn der Jäuern von Gott zu sein. Was wir an der Bibel aufmerken, nur Psalm Kapitel 22. Und hier schreibt der Psalm David, du sind ja, fahr Jesus in der Tät, was passiert wird. Der König David prophezieht hier, dass Jesus ein Tag am Krieg hängt, und was passiert wird. Und ich will die 12. Versch anfangen. In Psalm Kapitel 22, Vers 12, der Seite steht, Sie nicht wieder auf von mir, weil es Trouble ist dicht bei, und hier scheint mich zu halten. Meine Feen sind an mich aus einer Herd, Balles, gewollte Balles sind rund an mich. Sie retten ihre Friede auf, nur mich aus einem rietender, brellender Leib. Ich sie uitgeguten aus Wutter, meine Knöcke sind alle uit dem Gelenk, mein Hort ist in mich aus geschmalkte Wors, meine Kraft ist da aus drehen Schwabels, und die Tung backt mich um die Beine an. Du hast mich verdaut und stoff geleicht. Die Hungen sind wie mich umher, in eine gottlose Bande als rund an mich. Die haben mich durch die Hände in Feucht gespeckt. Ich kann meine Knöcke enthalten. Sie glatzen mich an in seinen Erlast an mich. Sie deilen sich meine Kleider an und lassen meinen Rack weg. Was sagt David hier? Da habe ich gesagt hier, da ist die Prophezeiung von Gott, dass das was passiert mit Jesus Christus, diesen Joaier, Jesus, abiert sein. Die erste Vers, der Vers 12, der 14, wie wir da redden von den Lernern, die die Juden werden, was Jesus abiert wird, und was alle anstattet, und alle über die Trehe, dort Jesus umtreten sind. Und da wird alle die Prophezeiung. Von 12, 15, in der Vers, da ist das, wo Jesus da ging, aus eurem Kriegshang. Da sagt es, ich sehe die Gute aus Wut, meine Knöcke sind alle aus dem Gelenk. Und wo wir hier fangen, in diesem Tag, das ist das, wenn ein Mensch sich spät, wenn er um Kriegshang, dass jeder Gelenk und singt, als wir über die Geräte, sondern graslich, größer weiter, auch die Menschen um Kriegshang, wie es physisch denkt. Sag ich, mein Hurt ist sehr aus dem Schmoltener Wals, meine Kraft ist sehr aus Drehschwabels, und der Tung packt mich um den Bein an. Du wirst gerade da, du wirst gerade weiter, wo wir uns vielleicht nicht mal verstellen, an die Gedanke, wenn wir dort noch lesen, oder? Dort wird Jesus da gingen. Dann sagt es, ich kann meine Knöcke aus aller teilen, sie glatzen nur mich in seinen Ehren Last an mich, sie teilen sich meine Kleider an und lassen meine Eberrock aus. Trägen und der 17. Vers, er sagt, die hängen sind wie mich umher, und eine göttliche Bohnen ist rund an mich, die haben mich, wie ich das sage, durch die Hänge in Feucht gespeckt. David vertelt, hier im Bet von seiner Erfangenheit, woher muss sie in den Feen feiten, in seine Feen, in die Prophezeiung, wie du bernst, das ist Jesus Christus, woher um Christ gestorben. 300 Jahre Lothar, 700 Jahre für Christus' Sünde, seht der Prophet Jesaja, Jesaja 53. Du in ein paar Phase lese, die ganze Tagsrede voran, aber ich wollte das in ein paar Phase lese, die vierte und die fäfte Phase, sei es das. Jesaja, Kapitel 53, Vers, Feier, Jesaja, doch der Krang hat die heute drüge, wie unsere, dort leiden wird uns traf, drüge hei, ube wie doch den Gott mög am Lieden in Bestroofdamm. Doch wir hei, wer in unsere Sünden verlazt, hei brüge unge unsere vergonen Doel, auf am lachte Struf, da hei uns heil mög, dadurch, dort hei, die schlehe Krieg sind, wie gesund. Jesaja, 700 Jahre, Lord, der Affäre Jesu, Prophet, sagt, was Jesu, war daun, für die Sünden. So, nur Gott den Plan, und wir, nicht was nicht, für die Menschen, die Anfang, und wir, alle, was nicht, und was schreckelt, und wenn Jesu, war daun, wie Gott, hat alle, die Prophet, sagt, und Laune, dann fängt, dort, wo Jesus Christus, ab Portstall, von all die düsten Menschen, wo die Krieg sich wie, sind Portdinger. Einmal, Verschrankte, wenn andere sind, entschuld, am Wort, hat ganze Kriegs abgeleicht, nicht bloß Port von Kriegs, in am Wort, von alle, was verspart sind, war daun, das Tollste verspart, in dem spartige Meer. 150, Herr Luther von Jesaja, sagt, die Prophet Sahari, wie wurde, nun wieder angekommen. In der Olden Testament, in Saharia, Kapitel 12, Vers 10, Ich war dann, über David zu Ihnen, nun kommen, und die Lied in Jerusalem, einen Geist zugeiten, dort sei, in Mitleiden, mit einem Ander haben worden, in Umbeten worden. Anwort, dort, Schotzehnen, in der Halt wurde gesagt, über dem, den sei gestärkt haben, und sei worden, durch ihre Trüren, so aus einer, der aber ein einziger Kind trüren, sei worden, grämen, und worden, heilen, aus dem Tod, von einem, einzigen, Ich geboren. Was sagt Sahari hier? Er sagt, jetzt hat der Volk Israel, die schämte Tät, wo ich vor der Trüren denke, was sie gedauert hat, was sie noch nicht mal gedauert hat. Noch wie Jesus am Krieg, also. Was veranspart wird der eine Tät, was ihm über Trüren seine, weil der Volk Israel, weil ein Tag wird ansehen, was sie noch ansehen, von ungefähr 2,000 Jahre, drei gedauert hat. Das Volk Israel, war alles von der ersten Tag, nach dem Diestrum, war alles dort. Das Einzelne wird sich bekehren, wo Römeral sagt uns, dass der Tag kommt, weil der Latt daher, sich bekehren hat, dann wird, Gott sich treizieren, in der Judufall, und dann wird die Ewigkeit gemerkt worden. In der Gottesprofe zu sagen, was er passiert, in der Medie von der 7 Jahre, der Triebsel steht. Das wird Gott, was die Juden, die wird machen, und wo die Alte trüren, zu heilen, über den Einen, erstgeborenen Gottes sehen, was sie am Krieg nehmt. David sagt es, Jesaja sagt es, in Saharia sieht die Lange, was er passiert. Wenn wir auf dem Morgen, Kapitel 1, Vers 7 lesen, dann sagt es, das steht. Hier kommt mit den Wolken, und ihm waren alle Jungen seinen, und da, die ihm an die Sied stücken, und die Menschen, ab die Eid waren alle, immer am Trüren, Jömerieren. So soll das sein. Amen. Aber wir denken über die Prophezeiung, was die Prophezeiung, was die Prophezeiung ist, über Jesus in der Kreuzion, und dann passiert die Prophezeiung lang, lang, eier, Jöimels, evers und Gedanke, wie ein Mensch kreuzion. Aus der Zeit, der Gott, der Leute, der Menschen, der in Gedanke, der König von Persien, der Rios, dann wird er all geweiht worden, für Gott. Gott hat das lange gesagt, und aus der Zeit, der Menschen, die Menschen, der in Gedanke kommen, und dann wird er all 500 Jahre auf die Eid gewaßt, aus dem Sehen, Jesus Christus. Dann wird er ungefähr 200 Jahre nur dort, und dann ging das hier ein. Und was wir hier lesen, in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, sagt, er sagt, er kommt mit den Wolken, und wenn er hier sagt, er kommt mit den Wolken, das redet nicht von der Enttreckung, wo er in den Wolken kommt, hier kommt er mit den Wolken. Hier redet es von, wenn er auf die Eid gewaßt, treibt er auf die Eid. Dann sagt er, in einem werden alle ihre Seine, in der Enttreckung werden nicht alle ihre Jesus Seine kommen, bloß die, die Jesus' Eid genommen haben. Hier werden die alle sein, und dann sagt er, auch die, die am in den Seen stecken, die Schwester, die Menschen, die Jesus Christi, waren nicht auf die Eid, wenn Jesus kam, und das Volk Israel, war auf die Eid. Und die Menschen auf die Eid, hier sind die andere Schöne Volk Israel, die waren Trüren, in den Jahren, und die waren die Eugen aufgemacht, wo er sagt, die lange euer Gedäume haben. So was sagt uns das? Die Prophezeiung sagt, du sind die Eier, wenn da passiert, dass Jesus gekriegt sich war. Die Prophezeiung sagt, dass er etwas zurückkommt. Denn dass Jesus in Christi als beschriebene Schrift, sein Begrube als beschriebene Schrift, und dann sagt uns, dass er etwas zurückkommt. So was dort meint, dass er es abgestoßen ist. Dort sagt ganz klar, dass er etwas zurückkommt, und dort sagt uns, mit wenig Verständnis, der wir dort begrüben, und sein, dort, wenn Jesus zurückkommt, dann meint er doch, er ist abgestoßen. Du hast keinen Sinn im Denken, dass ein Mensch kommt, der kann zurückkommt, vom Himmel, wenn er nicht erst zurückkommt. So dort allein, soll er sich vor merken, dass das Graf ist ladig. Der zweite Punkt, wo wir sehen, ist, dass wir nennen, dass Jesus den Graf ist ladig. Wir wollen ein kleines Betten, noch, Markus Kapitel 6, gehen. Und du, in der ersten Prophage, fing, wie wird von frühes beschrieben, um den Tag, wo sie nur den Graf gehe, die die Sumerians. Dort sagt, aus der Sabbat, dann immer wir, Köften Maria, von Madeleine, und Jakobus, seine Mutter, Maria, in Salome, scheinreichendem Eil, den Dötchen, entzusalbe. Und am ersten Tag, in der Weg, die die Sumerians, aus der Sonne abging, gingen sie in den Graf. Wir hören, wie das sagt, der dritte Versch, und sie fragen sich, und ihren Ander, wer an den Stein, von der Graf, der wachrollen würde. Wir wollen dort, nicht mehr anhören. In Markus Kapitel, von Eintracht, fangen wir dort, ein paar Frühes, gingen die die Sumerians in den Graf, dem Dötchen entzusalbe. So, was sagt uns dort? Das sagt uns dort, diese Frühes, gingen nicht mit den Gedanken, nicht mit den Eintracht, die ist abgestorben. Die gingen mit den Eintracht, und sie würde den Guna entsalbe. Und sie würde besorgt, aber was, sie würde da noch mit dem schwarren Stein? Wer würde denn den wachrollen, dass sie den Eintracht können? Wo wir fingen, als wir wieder lesen, ob wir uns abgeschickten, sahen sie dort den Stein, so groß, als die wir, und wachrollen wir, und sie im Graf in den Eintracht, gingen, sagen sie, sagen sie, an der Rechte sieht, einen jungen Mann in Wetterkleider setten, dort geif, an doch, einen gröten Schrag. Sie kämen aber durch, und dort drehen alle an, wo wir sie heute mit schweigen werden. Die Stein wie wach, dort grof wie hoch, sie kämen dann an, sie sagen, dort lege, wo sie Jesus heute mit angeweckelt, mit dem, was sie dann geübt, mit dem Linn, was die Bibel dann sagt, dann sagt es, Lukas beschriftet, dann sagt er, ein junger Mann, wie der Engel, und sie sagt, ihn dort sette. Ganz wird honoured, als sie zu losgehen, mit dem, was sie will er tun. Warte, ihr bürde Menschen, gläufe an den abgestoenen Christus. In 1. Korinther Kapitel, in 2. Korinther 4, Vers 4, 10. Wir wissen, wir wissen, dass du, der den Herrn Jesus vom Tod abwirkt, der wird uns auch mit Jesus abwirken und uns mit dem Tod versehen, den Thron, stehlen oder repräsentieren. Als wahre, ihr bürde Menschen, wir haben Glauben an den abgewirkten Christus. Wir wissen, dass das Graf ist ladig, wir glauben, dass das Graf ist ladig, wenn wir das nicht mehr in die Ehe über die Seine haben. Wir wissen, dass das in Christus solltet vertrauen, wer in Huy leeft, lebt wie. Und das, wie wir uns zu sagen sollen, erinnern, wie wir uns zu machen, und uns duib und hoffen zu denken, dass wir leben, wer in Christus leeft. Das Graf ist ladig. David sagt, in Psalm 49, Vers 4, das steht, O Gott wird meine Seine aus der Graf sind gewollt raden, und mich nur sich selbst nehmen. Was wir in David sehen? Trost in Glauben, Eier, Jesus hat, gestorben, und abgestoßen wird. Er glaubt, dass er kommen wird, und was passieren wird, und dort, geht von dem Fallen, vertraut, dass er ein Nachwort wie Christus ist. Psalm 73, Vers 24 sagt, Du wirst mich mit dienen Rot verstanden, und mich noch her mit Ihren annehmen. Noch eins vertraust. Was darf ich sagen, was passieren wird, mit allem. Jesaja 28, Vers 9, in Tien sei, über die Verstorbene, Herr, warte leben, deine Todes warte abstoßen, mochten die, die in ihre Ede liegen, abwerken, und für Friede singen. Herr, du jast, leben sie, aus der Däfse morgens, und jast den Däf, ab die, warte ab die Ede, durchlegen. Geschwister, das wird die Vertriebe von wahrheit, worden Menschen, wo lange ihr lebt, ihr Jesusheft, gekommen wird. Das ist, was ich für Fall bleibt. Du wirst schreifen, dir das Däfse, und ihr wirst von Gott angegeben. Ich werde jetzt einen Tag von hier ablesen, von hier, Kapitel 19, Vers 25, fangen wir in sehr guter Aufschnitt. Von hier. Und dort sagt uns das, ich weiß, dass er lebt, dass er mir raten wird, und das wird uns hier in sein Koma, wie er alles wahrgenommen wird. Und er wird ab dieser Ede das letzte Wort zu sein haben, sei hier ab, dann ist das am 20. Vers. Und wann meine Hüte ist, verdorben ist, wo ich Gott seine seinen. Und dann wird es mit meinem Körper sein. Das wird die Trost, und die Glaube, in das Leben, was er in sich hat. Er sagt dann, was mit mir passieren wird, weil mein Körper nicht in den Licht, und verfühlt ist, und meine Hüte ganz verdorben ist, dann wo ich mit Jesus sein. Dann sagt er, ich will mit meinen Jungen sein, in der 27. Vers. und heute wird sich nicht fremdäunen. Ich freu mich, dass er sein soll. Ich habe im Gott ein Verlangen, weil sie fragen, woher sie mich dort merken können, weil ich das von mir selbst gebracht habe. Dann ängste ihn für den Tod. Sie haben Arachidonen und wurden verstorben. Vergeht nicht, dort ein Gereichsdach kämpft. In der letzten Vers. die Vers. die Vers. die Vers. der Fall ist mehr von der Klaue, wo er war, sondern nur sind dort. Trotzdem all das, was ihm hier zugefallen, all das, was ihm hier passiert wird, wie er sein, Klaue, und Überzeugt wird erst, wo er gesagt war, von eigentlich, von dem er war sie. So, wenn wir können sagen, dass das die Hoffnung war, von Gott seine Menschen, von aller Zeit, Jesus seine Aufersteuerung erst hunderten Feiermal in dem Nieden Testament erwähnt, und wenn der Olle Testament Christus, wo wir von den Kleenbädern in der Hohlehand in der Hohlehand, der die Hoffnung habe, wo viel Sache kann eigentlich du als wahrer Böder Mensch, Sache sein, dass das Graf ist ladig, Jesus lebt, und du lebst als ein wahrer Böder Mensch, und du wirst ein Dach mit ihm sein. Wunderbar, ne? Drei. Die Aufersteuerung von Jesus Christus. In Matthäus, Kapitel 28, ich würde ein paar Phasen lese, falls ein Tag ich sieben lese, dann fängt wie auch die Aufersteuerung beschrieben, und das heißt, dass das aus Sabbat immer wird, tätig den ersten Dachende, wer gingen, Maria Magdalena, und der andere Maria, dort Graf zu bezeichnen, und heute, dann passiert ein grautet Erdbebing, wenn es den Herrn, den Engel, schein von Himmel rauf, und rollt den Stein weich, und sah sich der Gubendol. Sie geschehen aus dem Blitz, und seine Kleider werden so aus der Schnee. Und der Wachter vervielten sich so, dass sie Satter in die Hand fallen, als wenn sie dort wären. Ob er die Engel seht, wie er früh ist, verhre ich nicht. Ich weiß, dass sie den Jesus sehnen, der durch den Krieg sich wird. Er ist nicht hier, er ist abgestoßen, und so ist er, kommt, schickt, wo er ihr Leben hat. Dann geht es und sagt, seine Jünger dort, und er vom dort abgestoßen ist, und dort trefft er jüngt, nur Galiläa gönnen wird, du war jü am Seinen, ich hab jüngt dort nie gesagt. Was trafen die Jünger hier an, oder die Früh ist? Wir gehen zu Lukas von der Rede. In Lukas fängt man, dass Lukas beschreibt dort, die Früh ist wieder besorgt, wer würde denn den Stein weich rollen. Matthäus beschreibt dort, aus der Früh ist, du ein Schäume, dann wird du ein Engel, und der Engel vertelt dann alles, was mit Jesus gefeiert wird. Was interessant ist, und was ich nicht mehr so wieder nachgedacht habe, und wir können die Feiervangelium studieren, sie teilt, was abends schafft, und wir finden nur nicht, wo das Jünger auf Jesus seine Abstand ist. Als der Früh ist, was im Graf wäre, dann wäre das alle vorbei. Was wir finden, als Jesus nur die Auferstehung mit seinen Jüngern sich begehend, und einfach in das Haus, wo sie beenden wäre, in Trüricht wäre, dann finden wir dort einmal hostig, wie Jesus ein Madmonk ernt, und der wird alle Töhe geschlachtet. Was wir finden, dass Jesus brucht, keine Dähe, mehr aufgemerkt, was er nennen kann. Für Jesus brucht, den Stein, gleich Wacheral, was er abstohlen kann. Ich habe nur meine Damen und Herren, jetzt haben wir im Charpa, wo kein dicker Stein, kein andere Dähe, kein Wohnt, mehr abholt. Und was wir finden, dann, woran, oder wir können uns die Frau stellen, woran muss der Stein dann von Grau Wacheral werden, weil er nicht brucht, am Jesus Rüttler. die Stein, die Stein, wird Wacheral für uns und für die ganze Welt erholen, dass die frühes dann, in wie von der schon da sein können, dass das Grau Lade ist. Dass wir nicht, wenn Jesus ihn holen, wo er die Stein, weiher Alper. Wir werden Minden ihn holen. Die vierte Pfarrer sei wie eine Kraft, wo göttlose Menschen nicht gehen können, ob er Christi ja Gott die Kraft dem Pfarrer seine Herrlichkeit bestohne. Die vierte Pfarrer sei das und die Wachter verfrieden sich so dass sie zattern Hand fallen, auswann sie tot werden. Die Pfarrer sei über die Engel seht die Früß färgjut nicht. Wir fingen dort die gottlose Menschen und wenn man sieht das ist das wird ein Eerdbebing und die Eerd schattert und das passiert alle. Die Eerd hat lucky mit schattern aber diese Wachter hat noch Angst. Die Flora hat alle Angst in Beschwimmde wo angehen. Nur das sind Tage die Frühst auch dich behen. Aber nicht wie die Frühst wird Gott trü wäre wo an Jesus Gleibde wenn sie gleich nicht verstanden können gehen in die Herrlichkeit Gottes wenn Gott gebt ernt dort. Was wir finden ist das Frühst was gleich die Stärmbache war das hat und die Engel von unter reden ohne dass die Frühst ist das sagt in der 5. Verse Heim über die Engel seht die Frühst färsch nicht ich weiß dass die Jesus segen die durch Krieg sich war er seht er ist nicht hier er ist abgestoßen so als er sieht wo er gelegen hat was wir finden die Frühst die schöne Frau nicht vielleicht wird die alle vergehen das Frau aber wir finden die Frühst auf anderen steht hier beschrifft uns dass die Früh nicht in die Engel fangen zu reden die Frühst Frau Jesus wo hast du meinen Herr an je leid wenn sie die Hand nicht die Engel fröh den nicht und Jesus sie hat sie das wurde abgestoßen hat in der letzte Versch der Engel erklärt was passiert und wurde ohne dass die Frühst Frau gedeutet was wir finden dann dass Jesus abgestoßen durch die Kraft von vorder in Galater Kapitel 1 Vers 1 der letzte fort von dem vers sagt Gott den vorder die am von dort abgewirkt hat dass Gott wir verbogen mit Jesus abgestoßen und in Johannes Kapitel 10 Vers 18 port von der Pfarrer sagt ich habe die Kraft und ich habe die Kraft zu nehmen sie Jesus selbst in Reimer Kapitel 8 Vers 10 sagt uns das Bild von der Auferstehung von Christus Gott wie verbogen mit Jesus sagt ich habe die Hand lebt das Leben er lebt das hand er lebt und er nimmt das drei Räumer sagt uns dort die Heil Jesus wird verbogen mit das Leben was Jesus hand lebt ab so was sagt uns dort die Ähnlichkeit Gottes wir sein Sehen sein absto so die Auferstehung von Jesus Christus passiert dann sieht der Engel komm check nur diesen Tag und weißt du was wir fing an ab anderen steht geschrieben komm check wo er lehnen hat dann dachte viele von der EU ab das ist was er seht das was er betal eier das all passiert das ging in EU dann dachte das all ab ha das ist völlig so er sieht uns tot eier er wird sterben er wird getritzig er wird begrüft worden und nur dreide er ab stoi da mal einmal verstanden er in das Bild das puzzle stoi sich alle ta und die menschen werden mutig gered freud wird nicht mehr treurig wird nicht mehr entspart werden in ne freud ne trüe schät in groten spaß groten spart werden angedreht alle in groten freud und das wird verdient wie soll sein dort ist eine freud dort Jesus abgestochen das graf ist ladig der Engel sieht das einmal alle am kartendorf wo Jesus gesagt hat und das schau alle so an was der Engel sieht wie das passiert je habe Jesus seine abgestochen aber wie weit er der lade graf ist du und Jesus weiß ich wo es nur dort zu den frühen und die frühen dachte das wird jemand er und wo sie früher war wo hast du mein Meister angelegt und Jesus sagte sie das zum Schluss warum weiß ich dass er st der frühen ist es sind verschiedene jede bein und du möchtest meine jede reich sein bein ich will von dem besorgen rück nehmen was ich gleich was sehr angenehm essen wie kann aus einer großen anwendung nehmen warum heißt ich das erste frühen weiß wenn die wird durch die wird besorgt und die wird durch du werden können die erste gohn in die aufgestellung bautschaft nur die andere postel bringen abstehen oder die engel schäumen die steigen wie wahl her roll jesus weiß nicht du die wird alle haben können erfüren aber das wäre nicht du das ist das frühen ist du die jesliga unweinung ist dort so dichter wie aus du eign abhol und wie Gott so viel mehr erfahrung war eign wie Gott haben diese Menschen das frühen wäre du und das wurde der erfahrung hat viele von uns und viele Christen in der Welt sind mautlos und die user glaube ich ist verkonvince wir sind never do was Gott will haben wir sind immer drückt man an ihnen a him da what I can do hand dank Gott für Menschen die sind wenn Gott die brücke will und ich will ein paar abbrechen und ich will die bis freur stelle die selbst in den an ein Ding ist dank Gott für die Menschen die du sind wenn Gott seine Arbeit hat und die Schwester Gott brückt die in seine Arbeit dar und wenn die nicht du sind nicht reich sind dann wird nicht passieren was geplant hat für die mich Dank Gott für die 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 Arbeit wieder bringt die sind du wenn die hellige taub kommen und wenn wir hellige taub kommen dort sind wenn wir nicht aus weine Menschen taub kommen und sind da und weich da wenn wir aus weine Menschen taub kommen Dank Gott wenn wir taub sind Dank Gott für die sind wenn Gott sin wurde gelehrt wird und wenn Gott sin wurde gelehrt wird und ab ab sein und so begreife aus Gott auf den Hör gelehrt und dort wir verreicht kommen die Schwester so färken weine du und du warst und du hörst was du predig warst bei du nicht in ein zum wenn ich heute künd sein bei ich nicht du nicht du bloß der andere hier wo nicht primär Mann oder dann in Spanisch sein die sind du in rei wenn dort es ist ein neuer sein es ist nicht leber es ist Gott ich Gott danken für die Menschen du du sind wenn seine Arbeit verweist geht wenn seine Arbeit wiedergebracht wird wenn der hell getaub kommen wenn sein wird geliebt wird wenn der Täter auf die knall ist lege das sind du wird Gott seine Kraft und sein Leben erfordert ich kann du erfordern bloß Gott sein Leben und Kraft wie du sind wo Gott uns brücken will diese früh begehende Jesus wird nur die Verstehung für mein Vertrauen ist dass du und ich so eine Person als diese Frau ist was du sind in der sind ich habe ein paar Erfahrungen mit dir was passieren kann wenn Gott uns steht und du anst ohne wie das weite dann wir zwei Dinge daunen mit der Zeit was das hier wir können die Zeit vorbe und dann nicht daunen oder die wahrnehmen ich will mehr man tre dann ich bin für der rinke die mal plaza bin und dann kam rück und hier sitzt ich so grüß und dann schick ich ab was büte wir und dann sah ich in meinen nicht stehen wir sind nicht schlechter Menschen als ich in du sein das sind alle Menschen die leben Ich sagte, er hat ein Buch in der Hand, wenn es so steht, ein Magazin-Stand, aber in Englisch, ein kleiner Buchschau heißt, wo du all das weiß, was du hast. Und auch was geht, glaube ich. Aber hier stand ein Mann, und er hat ein Buch in der Hand, und er becheckt das da. Und vorhin ging ich in der Gedanke, der war all mein Buch becheckt von früh, was er nicht soll. Das war das, was mich in der Gedanke ging. Und als ich nur in der Zeit, wenn ich über die Schule becheckt habe, haben wir einen Krack dort. Und Gott geeft mich, der wird in diesem Mann sein. Und ich weiß, von der nächsten Nacht, er wird bis Gott sein, und ich weiß, dass ich nicht mehr, was er wird. Und ich ging vorbei, hat der Mann nie gehört. Der Mann, wie du, Gott hat mich da angestellt. Und ich nahm die Elenheit nicht wahr. Den Tag fragte ich, Gott, heute bin ich noch nie Elenheit, aber ich kann mich nicht. Vorweg, drei, drei. Dann brachte ich uns vor, ich war ein Montaljär, wo der von der nächsten Nacht, Maya, Asos, Beons. Und als ich drehte und vier da rein gegangen bin, und wir von durch, dann brachte ich auch ein Taxi ab. Und das wird auch ein Fall. Ich muss mir abholen. Einmal dann sage ich, von einer auf deiner, die Leute müssen, die will laden. Was ich im Taxi sage, da wüsste ich nicht mehr, was ich will, meine Hand abheben. Und die Leute sind ein Aula-Taxi, die fährt eine Stunde, um ein bisschen Schrotzen. Und die Vorwürde, ich sage, ich gehe da an, aber ich haufe meine Hand da ab. Und wenn es sich bei denen wie ein Stahl hat, dann checkte ich da an, und dann wüsste ich noch einmal nicht mehr, was ich will. Wenn die Mannleicht auch ein bisschen so anders. Und ich sage, Gott, ich weiß nicht, was das war, aber ich vertraue dich. Wie wir doch noch mal ein Kleines hier vorhören, dann fängt die Mann an zu früh. Und ich sage, von wo ich war. Und ich sage, ich sage, von Bolivien. Na, also, du hast aber nicht in Bolivien schon gesagt, das ist ein Bolivianer. Ich sage, da kann ich sagen, aber ich sage, das ist ein Bolivianer. Dann fährt man ein bisschen, von wo ich her bin, ich sehe ein bisschen, wie ich geboren bin zu werden. Und dann fährt ich an, wo ich eigentlich nicht da an Taxi vorhören. Weil Gott stahl den Ola-Tob. Ich fährt ich an, von wo bist du und wo geht das in deinem Leben? Er schaut ab und dann sagt er, von diesem Mann sind die Ola-Tob. Und dann sind die Ola-Tob. Und dann sind die Ola-Tob. Und ich fängt an, mit der Ola-Tob. Und ich vertalte, und er versagt eine Motorsprache. Er bin nicht ein wahrer, ein guter Mensch. Aber er wird ein Einwirt zu seiner Fröhre für fünf Jahre. Und er stundt auf seine Schuld. Er stundt auf seine Schuld. Er hat nicht genug Zeit genommen. Und er sagt, er hat alle beste Versachungen, die er kann zum Treibchen kommen. Mit seiner Fröhre zu haben. Er sieht, er ging jeder Ola-Tob alleine im Bad. Wo ich ihm danke, er hat nicht wiedergegangen an die Ola. Und er sieht, er hat nicht leicht. Dann sagt er zu mir, dass so viel Geld ist, dass ich versach zu tun. Und ich fange und verwundere, dass es so viel Geld ist. Die Menschen nehmen mich dort woher. Ich freue mich, dass ich komme mit mir, dass Gott das Wort wird, was ich gewöhnen kann. Und er sagt, ja. Ich vertalte den ganzen Weg. Von hier kommt Sönergrüß, weil hier bei der Fähr kommt. Und ich stahl und Fähr wird Gott verarmt. Und ich habe den Tags hier rausgekriegt. Dann fragte ich, dass ich am 6-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Und ich habe gesagt, dass ich alles in der Leidenheit gehört habe. Wir sind durchgewarst, die Menschen wie du, die Leidenheit wie du. Wir haben dich wahrgenommen oder nicht wahrgenommen. Und ich kann Ihnen garantieren, dass es an diesen Dingen gekommen ist, wo du bist, die Person, die du bist, oder die Leidenheit, die du bist, wo du das noch wahrnehmen oder wo du das nicht wahrnehmen willst. Ich wünsche mir das Wunsch, dass wir Jesus seine Auferstehung klar haben. Und ich kann Ihnen verstehen, wie das Menschen, die Leidenheit haben. Nicht wahr. Und ich kann Ihnen klar haben, dass Gott in der Spanischen Konsultat die Wien hat. Wenn Gott uns der Heilige Appointment gibt, hol die Appointment, kommen wir da rein und sagen, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Wenn du das ein Teil der Menschen, die das Leidenheit nicht haben, was ich in der Hand. Wenn du das ein Teil der Menschen, die Sieg haben. Die Schwestern, die Töcher, die Brüder im Herrn, die Säste im Herrn. Du sind, wenn wir heute kommen müssen. Du sind, wenn es nicht viel zu beten. Du sind, wenn Gott seine Arbeit wiedergebracht wird. Du sind, wenn Gott die Welt braucht. Du sind, wenn wir die Wahrnehmung haben. Dort wird das Leid gehofft und das Leben dort wird, was wir haben. Gott ist sehen mit dir. Und Gott uns wirklich sehen. Vor dem Himmel, wenn wir fertig kommen. Und wir denken an die Fehmel, wie wir jetzt dann vorbeigogen. Und nicht an die Fehmel, aber dann feiern wir uns so schuldig und so nützlos. Und so dumm, da immer. Und dann, wo gerade die Leidenheit wir und wir sehen, wie wir dort aufgebrutscht haben und nicht in der Dunahe haben. Danach, die nicht nur im Krieg. Für die Haftel oder. Die Blut, die du für gut warst, hat dir alle beteiligt dann. Dann, als du abstimmst, wird es uns Leben geben. Und all die Gelegenheit wird, wie wir vorbeigogen, wenn du uns durchstrahlst. Du gerippt nicht unsere Seiligkeit an, wenn du vor uns im Krieg hast. Aber du gerippt unsere Gemeinschaft an. Und uns Gewässer wird zeugt uns, doch wir sollen uns deiner Hand geben. So früh, Herr Jesus, musst du uns halt, wie jeder da. So durch, wie die zu wohnen lässt. So durch, wie jeder gelebt hat, wird dir uns durchstrahlert, wird es wahrnehmen. Und wenn wir eine Verbiegung nicht wahrnehmen, dass wir uns nicht lange beschuldigt sind, dass wir uns nicht ansetzen, dass wir nicht, dass wir nicht sagen, aber wir werden es fertig bringen. So durch, wie wir den Triebel anerkennen, in Verantwortlichkeit nehmen, auf der wir ihn bekannten, in Frechumfang, dass Jesaja sagt, dass du die Egel krafthaft im Pflege, so musst du uns nie Kraft geben, jeder darf. Und haupt uns, Herr, die Kraft von dir zu nehmen, wenn wir uns nicht tun, dass wir das nicht tun. In total, bloß du kannst uns die Kraft geben. Dankeschön für die Wut, dankeschön für diesen Sinn des Sumariens. Und in Bezug, Herr, musst du uns, und wenn du die Heilige Dewelle geben, wo die Wut verherrlich wurde. Und haupt uns, Herr, wenn du uns die Egelenheit gestern, und uns durchstrahlst, weil wir das Wort mit Weisen werden, und mit denen in Jesus gelebt, und wir haben uns eine Weisheit, wo wir weiter von Gott über die Arichte Entstrahlung, und wo die Entstrahlung wird von dir geben, du fragst, Herr Jesus. Dankeschön, Herr Himmel, für diese Zeit, für das Lande gehofft, und für das Leben. In Jesus Christus in Namen, mit Dan sage ich, Amen. Wenn Sie irgendjens Fragen haben über das Programm, dann können Sie uns auf unsere E-Mail schreiben, oder auf den WhatsApp-Nummer 591-770-6901. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Wege. Gottes Rücken Segen mit Ihnen.